Man kann halt schon so eine kurze Zeit ein bisschen Ruhe reinbringen, later kommt, later kommt. 100% oder? Jo, ich bin schockiert. Ich hab nur noch 1% Ist mein Viech tot oder was? Ich bin tot. Er macht grad nichts, ich nutze es aus, warte. 9% Ich bin trotzdem elektrisiert hier irgendwie. Geht, ich wollte dich. Ne, ne, ich bin ganz tot. Wieso? Weil er mich ganz geantwortet hat. Das geht doch gar nicht, wenn einer von uns klebt, ist doch gerätzt. Nein, 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 nein. Ich hab ihn nie gehabt, echt? Jo, über den Tod hinausschauen oder auch so krass? Ja. Scheiße, Mann. Der hat dich so komisch angeschaut, dann konnte ich zweimal schießen, dass er sich bewegt. Dann hab ich geschossen, meine Viecher auch. Was hast du denn da alles Schönes hier? So, 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 so. Ja, 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 ja. Fuck, Mann, ich dachte, ich kann dich holen. Also hast du nicht bekommen jetzt? Äh, Kameramann hab ich nicht gesehen, bin schon mal vor Karte. Achso, ich dachte, wenn du noch da gelegen wärst. Achso, ja, zumindest die Kamera. Ich pack die ganze Zeit so dumm am Boden rum. Ich hatte, ja, das nicht so wirklich, ich hatte so komisch nach vorne sporten und dann wieder zurück. Also rubberbanding. Aber nur vor dem Neustart. Ähm, Teleport nach da hinten. Oh, ich hol mir so ein grünes Teil noch. Vielleicht kann ich ja gleich aufwerten. Aber der, ich weiß ja nicht, welche Fähigkeiten was da macht. Aber der Elf hier dran ist schon geil, der Große. Also, da hab ich zumindest das Gefühl. Ich hab noch nie geschaut, wer, wer was genau macht. Naja. Bei mir haben wir die anderen überlebt. Haben die überhaupt was gemacht? Naja, das war mal gerade abgehackt. Na, das werde ich ihn wohl abgekriegt haben. Wer, wer war abgehackt? Was, was war? Immerhin ist er auf der Karte abgehackt. Das werde ich ihn wohl abgekriegt haben. Ah ja, dann ja. Dann, ja, safe. Klar. Weißt du, dass das diese Anzeige so kurz ist? Ich mach mal so einen Orientierungspunkt jetzt auf die Karte, dass ich weiß, dass ich in Richtung laufen muss. Und dann, wenn der halt irgendwie über 200 ist, dann seh ich das nicht mehr. Schöne Sonne aufgeht. Gut, dass bei dem Charles nicht so krass ist mit, 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 mit trinken oder so. Es sind nicht so viele Survival Elemente drin. Essen, trinken, Kohlenhydrate, Proteine, Harndrang. Aber was fliege ich unter der Map? Oh. Vielleicht nochmal reconnecten, ne? Also wenn du jetzt schau, dass du oben bist, dann reconnecten. Wenn's geht. Kann nicht durch den Nettboden fliegen. Ist noch so ein Vorteil, gell? Ah, jetzt so. Geht's wieder? Wieder oben? Ja. Aber wenn ich wieder aufspringe... Ja, ok. Sobald ich lande, bin ich unter... Ah, so ein... ...das... ...so... ...so eine Art Clipfehler heißt es. So was passiert, wenn man bei so komischen Cheats oft... ...wenn du dann... ...Clip... ...also... ...wegmachen musst, dann... ...und dann gehst du bis unter die Erde. Stahlschlüssel! Ja, das ist als ob... Es ist als ob... ...ob der Kopf und meine Füße wären. Als ob die Hitbox am Kopf anfängt. Alter, boh. Armbruchsbauplan. So... ...und dann schon nochmal reconnecten. Ja... ...ein Fall im Team ist unrecht. So, ich habe einen schnellreißen Punkt noch. Ja, das ist unrecht. Gut. Vielleicht hast du den ja auch schon. Schätze ich mal. Ich bin einfach in Schwarz immer rein. Ne, den habe ich noch nicht. Da, wo du bist, ist genau der Rand zu dem, was ich entdeckt habe. Okay. So, ich wollte doch nicht meine Viecher leveln. Das kann ich ja nicht, wenn es eine tot ist. Neu-Reise, nach Hause. So, ich muss den Viech mal da reinstecken. Cool, Mann. Dann mache ich hier mal den Auslogger. Und ich bin mal eben Trink weggebringt. Jo. Oh, jetzt teste ich das Ding mal. Den einen Boss weg, den anderen Boss rein. Den muss ich gar nicht leveln. Schaut aus mit Pfeile. Oh, ich muss ein bisschen was da lassen. Rüstung. Oh, Armbruchs ist ja auch schon voll im Arsch. Krass. Ähm. Oh ja, geht ja nach. Oh. Ach so, Eier wieder. Eie, Eie, Eie. Eie, Eie. Wie viele Eierkisten haben wir denn, eure? WTF? Ich sehe gerade ein bisschen der Leber am Kissen öffnen. Guter Preis vom Händler anscheinend bei dem. Alles klar. Ja. Seltene Kralle. Okay. Okay. Witz ist hier. Wie viele Eier, Eie, 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 Eie. Die hat auch mal kurz zurückgebackt Ich drücke, passiert nichts Bis heute lief das alles ohne Probleme Die Torte ist halt immer noch nicht fertig Ja, leck mich doch fett Ne, stopp, ich kann jetzt nicht Ich muss mein Ding daran Ich habe meinen Knopf gedrückt, alles gut, es geht instant Das war mein Makro Wie komme ich denn auf mein Makro? Makro ist F gedrückt halten Und dann irgendwie ging das gerade nicht La, 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 la Das hier Max Oh, wegen Metallbarneulon Und depressiv ist doch Wenn der Schiff gehe ich auch Schaut ja doch hübsch aus hier am Tag Hey, ich habe wieder ausgeladen Ich habe mir Dinger gebaut Nicht Pfeile, sondern Sphären Und wollte gucken, ob ich diese Rüstung jetzt bauen kann Hast du eigentlich die zweite Rüstung bekommen von mir? Ja, ich weiß gar nicht Ne Ne, ich meinte Schild, meine ich nicht die Rüstung Hast du ja Metallrüstung, ne? Ne Auch nicht Ne So nicht Ja, ne Sagst du nicht? Äh, ne Ja, Paldiumbruchstücke Du hast keine so eine Rüstung wie ich Ich habe sogar schon eine Ne, weiß nicht, ob ich die habe Ob ich so eine Tropische Tracht Ja, doch, aber ich riss jetzt sehr resistent auch Ich musste mir das halt schon 70 mal sagen Ich bin mit Heilbaren ständig alle Ja, ich habe, ich habe eben gebrutzelt Metallbahn, aber 4 von 201 Das geht nicht Wir müssen immer nur eins machen Oh, ich habe irgendwie 3 Millionen Steine eingesammelt Ach so, weil ich es hier abgebrochen habe Wir müssen immer nur eins machen Am besten hier Seide gibt es genug Ach, wir können nur 2 Leute, wir haben Äh, wir haben keine Steine mehr Schmarrt, oder? Naja, wir haben keine Steine hackt Hier sind nur 87, ich kann die halt nicht aufheben Also schon, ich kann mich nicht immer bewegen Uff, 3000 Kilo, Alter Ich kann nicht Boah, jetzt kann ich mich bewegen Suche nächste Kiste Okay, die hacken alle Dinge Die machen echt nichts Habe ich keinen Bauer, also keinen Kumpel da, oder was? Warte Ja, doch Der Pankchen, aber der macht doch alles andere noch Dann lass ich noch ein paar Hacken von denen Ich habe noch so ein Pankchen Der macht das mit Level 2 Der tut auch sprühen Dann tue ich dieses Äffchen da weg, ne? Ja Die hacken alle zu viele Bäume da, oder? Kann es sein? Ja Es reicht eigentlich, wenn es beim Baum nur der eine macht Der Hirsch So, der macht das jetzt Ist ja auch gut, dass er das macht So ist er nicht Ja, dann hole ich noch ein paar Hackdinger Und Dann tue ich den Hirsch weg Oder? Der tut ihn noch rumstunden Das ist eh depressiv Ja, dann hole ich so einen Hack Und Hack, die futze noch Willen wir mal weiter erkunden Und dann Muss man die Tiere hier heilen, oder so Der kann nur hacken Ja, das Schwein mach ich Die können nichts anderes Dann tauch ich das gegen das Äh, haben wir nicht noch die Bohrschildkröte da? Ja, die dreht sich doch die ganze Zeit so komisch Das ist doch voll nervig Ja, aber hat der nicht sogar Bergbau 32 oder so? 2, 2 Aber der kann auch Der macht noch andere Sachen wieder Ich schau gleich mal Ich bin grad Schau was Ob ich noch sowas hab Hier Ja, dieser fette Das Was Doch, der hat sogar drei Der Typ Krass Stimmt Aber der andere Das bedeutet Was wir geholt haben Diese Dinge Die hat ja 2 Ja, der gießt und sammelt auch noch Und der andere macht auch nur Bergbau Okay In Anbetracht, dass wir die Steine nicht haben Könnten wir ja den erstmal testen Hab ich Anstatt das Schwein Boah, bitte dreh dich nicht die ganze Zeit Mach's irgendwie anders Aber ohne Geräusch Nur so tic tic Ja, das geht Geht Okay Okay Gut, gut Ach, der hört jetzt hier nie wieder auf Bei dem anderen hat er doch mal wieder auf Tic 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 Ist doch tatsächlich, wenn er hier dann durchdreht Ja, irgendwie schon Warte mal, ich nehme Lass liegen Lass liegen Lass liegen Ich hole halt immer so ein bisschen Was sind dann Gehe ich und zu Kiste Kannst du mehr holen Ne also ich habe alles geholt wieso da wie das soja das aber noch was da 26 stein ach so mit diesem ja da war es aber jetzt zehn sekunden geht halt ich glaube ich kann mittlerweile besser lernen oder so kein plan aber er darf das ist halt 1000 1000 kilo mehr trage als ich tragen könnte das gar ja weiß mehl mehl geht auch kaputt echt doch nicht oder ich habe es doch ewig vielleicht sind nämlich scheißwürmer drin 40 minuten so ein stück mehr ich habe jetzt alle hier hingetan ja da hinten in der rennenküste war noch was oder hilft bei der torsche das ist ja es ist sehr schwer die ganzen sachen anzukommen dumme kiste muss weiter weg habt ihr nur hingestellt weil ich habe mich auch nicht wieder nicht bewegen konnte im holz jetzt habe ich ihn angefasst der hat ja du ich hasse dich da jetzt 20 jahren einmal die torte versucht jetzt hat er angefasst durch hose das war bestimmt mit absicht um mich zu pranken die torte ist fertig ist glücklich die torte nicht rausnehmen kann es auch nicht zerfallen ja weiß nicht ob sie da nicht weiß ja ok klingt gut solange sie nicht als objekt zählt was einfach getrocknet unterliegt weiß ich nicht aber kann zu lassen aber machen ich glaube seine torte hält ihn nicht lang aber wir können ja das machen ist ja egal weil wir jetzt andere sagen warum eigentlich rüstung beschädigt wenn ich hier jetzt irgendwie gerade repariert habe was zum tick von meiner rüstung ist denn bitte beschädigt die einer die ich auf tasche habe warte ich stell dir mal rüstung her was so metall war und man macht das ging letztens schon nicht als ich die herstellen wollte stimmt zwar ich wollte immer wieder herstellen dann habe ich ja sogar metall geholt habe dann gesagt drüben gibt es keine ich gehe mal drüber man muss halt immer wieder mal präsenz zeigen naja ok alle veranstaltungen hier ist und wenn du kommst naja genau und wenn du kommst dann auf einmal springen die ja ok das ist noch nicht so ganz gut geregelt mit seiner außenbasis die tiere arbeiten nur wenn du da bist also zumindest ein teil jetzt geht's wieder los was haben die an ding oh mein gott 8 metall ich gehe kaputt ich habe gerade 46 47 eingepackt trotzdem fisch ist steine oder die metall ist ja alles gut läuft nicht aus dem ersten hier ist doch solch kann ich kann nicht mehr wegen dem ersten die äußeren machen die äußeren machten die gar nicht so gerne mehr so da ist doch eins ich darf nicht auch noch metall und dann kann man es dann gibt es eh nichts mehr hier ist eine schabe ist noch hungrig ist doch was das hängt es da vorne am baum fest jedoch kein makro für die linke maustaste aber stört mich nicht einmal ansatzweise so wie sehr wie f er ist das irgendwie komisch hast du gehoben hast du mitgenommen ja ja nämlich der rest auch noch 34 man ist ja gut dass die welt nicht wenn man nicht da ist aber für den zweck ist es schwierig ich bin nur bist du du musst hier fließen der steine ja das und hat sich mal 50 80 jahres reicht schon aus lustig ist ja mit dem nicht da sind wir zurück kommen wir 3000 steine so ist verstehe ich jetzt ist komme ich jetzt mit ich habe mir überlegt ok steine aber ich muss mir umschauen ich weiß warum steine weniger sind warum hast du eine ahnung oder jetzt wegen der wegen der wiese draußen die verschluckt die erde geht auf hat die steine verschluckt das ist so weiter so krater wiesen und so passiert manchmal da warst du nix da machst du nix ja guck mal was rauskommt bei so einem schilder und schilder oder so zwei ungebäude ein boss und nicht nicht boss soweit ich wollte den mal herausholen jetzt lebt der das ding ok ok aber das ist halt voll es gibt musst du mal gucken und du rauskommst was für ein boss jetzt der ist schon mal jetzt lädt der boss dieses oben ein gott habe diese packung geworfen alles voller brösel hier ab die torte in der kiste gepackt sie sind es und dies bohnt oh jetzt auch in der hand hat man aber sollte nicht passiert in eine kiste den kühlschrank ist in die kiste umfang als scheiße vielleicht musst du da richtige rotation machen beide hin hin schmeißen so wie ist das keine ahnung wir kommen ran hier ja kommt muss man richtigen schilder schulen wieder hier ich glaube wir müssen den tatsächlich in den kerbuchter packen und dann da hinschmeißen ok ich habe ihn einfach hingeworfen aber torte ist jetzt weg oder torte ist jetzt anscheinend in dem automaten drin keine ahnung hier wird jedenfalls nicht mehr gesamt jammert es muss torte da sein weil es ist halt weder männchen noch weibchen drin hier jetzt ist unsere faarung ausgesetzt müssen menschen und weibchen sein 0101 genau wie kommt das dann keine ahnung dass sie mal hier einen gescheißdingerjacken ins lager dass sie aktiv im lager sind dass die aktiv im lager sind müssen wir wieder andere raus tun es läuft dazu gut alles psychose hatte wieso denn das weil dann zu diesen fetten bären da weg warte ich mach das ein bären da weg und die kühlung brauchen wir ja das nun kommt du hast zeitgleich dahin getan deswegen ging man ja nicht doch ok weil wir es zeitgleich reingepackt haben dass deine jetzt auf dem vorderen slot wie ich meine gepackt habe anders kann ja ist genau das gleiche doch hierhin schmeißen er sagt aber nichts von torte fielge ne er sagt nichts von torte fährt also ist er hat sich geändert aber ich noch holen und er hat hier nicht ist der plan du musst mir die auch nicht ist die packen nichts nicht einfach aber geht ja gar nichts mehr die torte ist doch gut die zeit steht sogar bei der torte wir können die ja nicht in die kiste packen ja eben aber so hat sich nichts geändert holt ihr nochmal raus vielleicht mit mehr weißt du was ich müssen beide in einem team sein warte bleiben wir mal deine vielleicht müssten wir beide in einem team sein von einem spieler aber das wird ja dann 1 1 0 ok egal ich habe jetzt mal bei dem team kann auch sein dass auch nur die sein müssen nicht dass dann ein anderer hier am rammel ist dass jemand zuschaut ne 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 sind die weiblichen und männlich jetzt hier gar nicht sehen was macht ja nicht hier einer was macht denn der hier gehört der auch zu uns wir brauchen gar nicht mehr weil der pinguin da ist ich habe auch kein meter drin es ist auch keine es ist auch keine mehr im lager eingeteilt von dem wein also kein ein anderer gibt keinem lager so was haben wir ja weibchen mädchen ist da ja vielleicht brauchen die gewisse sky oder so was irgendwie zufrieden sein befriedigt stimulation der anhat nur 28 ist rot das mit dem anderen hier ja was zählt hat gar kein einziges ding irgendwie vielleicht geht es doch nicht weil es große sind jetzt sind beide boss ja ich nehme doch mal andere ich meine ich will mal rein damit müssen wir es ja nicht so und die wenn ich ein weibchen da also hier ändert sich nichts das sind keine bosse dann tue es mal ins lager ja wenn es im lager wäre dann würde es ja auch zählen mit den anderen so anders gehen aber wenn es im lager wäre dann würden ja alle die in das 10 die da sind wird natürlich nicht gerendert wenn wir da sind ok oder irgendwas nicht ich weiß nicht du kein schimmer ja keine ahnung ich gucke hier gerade nicht ins internet aber es sind halt alles nur keine ahnung ich hasse das das sind alles nur so clickbait was da ja nur so was ja anders welt ist das regt mich so auf und hinter der zeit labern die so viel drumherum also einfach zu sagen es ist so erzählen sie mir noch von allen die geschichte ja bei dem artikel verstehe ich mittlerweile warum es so ist wenn da steht ist es möglich frage zu einer klickst du drauf da steht am anfang erstmal die entstehungsgeschichte von dem ganzen dann steht eine parallelgeschichte eine anekdote und dann am schluss steht da es ist möglich ja das ist quasi dass das war es was eigentlich ausgesagt werden ich will doch nur mal eben in ruhe so ein hoher wie youtube video gucken und die artikelschreiber journalisten und die nennt bekommen halt am ende des jahres pro artikel geld wenn es mindestens so und so viele ansatzzeichen sind buchstaben sind kannst du also sobald wir hier am teleporter stehen das ist wieder kalt ne was hast du vor packt immer beide wieder ins team also ins lager bleibt dann hier warte ich hab die der falsche der steht im debuff ach da extra seite für die ok kannst du denn packen weil ich kann mich packen ach das meinst du zum hinschmeißen jetzt check ich es erst ja ich gehe jetzt mal schlafen ja 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 das ist macht ja sinn du tust den zwingen hier jetzt geficken komm ja genau geh hin stimmt doch das bin ich auch nicht gekommen hier jetzt geht es aber ich will dass man mir recht auch so macht schmeißt ich weiß nicht irgendwohin in den raum mit mir frauen hier auf geht es ab geht es drei tage war mal ich habe gerade zugewiesen weil bei es Wenn ich das gesagt habe, dann folgt ein Sabbat, ey. Ich hab gegessen und geredet habe. Ich kann das Staubsaugen hier, das Ei. Ich hab vor mir so einen Haufen Krümel, weil ich diese scheiß Cookiepackung umgeschüttet hab. Friggert. Ja, ich glaub, dann müssen wir die Eier ein bisschen runterdrehen. Oder da dann mit dem Züchten noch werkeln. Es knistert nur so zwischen den beiden. Eier, Eier, Eier. Weil man kann ja, es muss ja wohl auch nicht das gleiche Vieh sein. Du kannst ja auch crossbreeden und da kommt was anderes bei raus. Nee, echt? Ja? Warum machen wir dann so eine Scheiße hier? Warum nicht? Ja, wir haben doch schon 100 von denen. Sag mal einfach noch so ein Idiot. Sollen wir eine Torte bestellen? Und hier ist einer, der gehört nicht zu uns. Also, da passiert nichts. Der ist nicht unser. Der ist nicht zugewiesen. Der ist doch okay. Der ist doch cute. Und hier steht man. Ja, ist so knuffig. Also, dieses Hunger, ne? Keine Ahnung. Wie viel man am Tag denn eigentlich fressen kann. Lass doch einfach am Ding unten. Am Freundlichen. Aber der hat ja trotzdem die ganze Zeit Hunger. Bei mir nicht. Bei mir frisst du halt noch nicht viel, aber er meckert zumindest nicht. Keine Ahnung, war der Fehler, dass ich warte, wie ein Schal stellt heute. Ja, weil man nicht richtig, man nicht richtig gearbeitet, weißt du? Was haben wir am Bau und dann sie noch mehr essen müssen. Richtig fettliches Essen. Wenn sie aus dem Berg wegkommen am Abend. Weißt du? Schweinefleisch, menschlich fett. Bis wir nächsten Tag fit sind. Ich darf nicht an diesen Kochpott, ne? Wir können insgesamt einen neuen Kuchen bauen, ne? Also man kann kreuz und quer paaren, sagst du? Ja. Ja, aber es kann ja auch nur ein Ding rauskommen, was es im Spiel gibt. Also was in der Liste ist, oder nicht halt ein neues. Ja, natürlich ist das was, was im Pokédex steht. Natürlich ist das nicht. Ich dachte, ich tue irgendwas entwickeln, was... 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 Was random programmiert wurde, sowas, was gar nicht drin ist. 112 wurde entdeckt. Ich bin der 12er. Bin der Boss. Einfach neu spezios. Komische Pferd, Alter. Da. Wir könnten halt theoretisch auch sowas gucken, wie hier... Keine Ahnung, da in einer komischen Drache... ...und ein anderer Oberficker da. Das Pferd. Das Blitzpferd. Hier zum Beispiel. Zwei Bosse. Ich weiß nicht, ich stehe hier da oben bei den Beinen, guck dir zu, wie der Balken voll wird und hat eine Splittergranate. Ja, wenn sie es nicht machen, dann... So droht es denn halt damit, klar, ist richtig. Also, muss sein. Okay. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Oh, ich hätte das andere Schild, glaube ich, sogar bauen können. Ich finde es super, wenn du über die drüberhauberst, da steht da einfach gearbeitet. Lachen halt, ne? Lachen halt, ne? Lachen halt, ne? Lachen halt. Oh, ein Level-11-Boss. Sweeper. Wie süß. Bist du mit einem Schuss tot oder nicht? Jo. Das ist so ein Typ mit Schnurrbart, so ein Scharf-Schnurrbart-Futti. Ich hoffe, ich schätze mal, das ist riesig. Ist einfach nur ein normales gefrorenes Ei geworden, ne? Ja, was soll's denn sonst werden? Ja, was soll's denn sonst werden? Alter, ein Jumbo-Deluxe-Glitzer-Fucking-Sparkle-Ei, keine Ahnung. Ey, einfach so ein Scheiß-Chillit und fertig da. Dreckes Viech. Ich könnte auch ein Bosch machen, wenn du willst. Ja, ich hol mal... Level-11, also ein gefühlt One-Shot. Ähm, wir wissen nur... Letzter Port-Punkt. Da, wo du gesagt hast... Es ist bei dir schwarz. Da ist ein Port-Punkt. Ich halt immer noch Pflichtbewusst. Die Spiele daran halten, meine Hand. Geht doch weg. Geht doch weg, dein Scheiß. Musst du den in den Slot reintun, oder wie? Ja. Ich geh da noch... Du hast den Port-Punkt, nur nicht hier, gell? Ne. Dann geh ich hier ein bisschen weiter, kunden noch. Ist alles wieder so low hier. 5. Komm, irgendwelche Vögel mit 20, 30. Achso, ich wollte eigentlich schon was dieses Viech da kommen. Dann haben wir da unten noch einen 26er-Boss. Seh ich gar nicht. Ja, ich bin nicht nach links weiter geflogen, ich bin nach unten geflogen. Wo sind denn meine anderen? Also, die sind so dumm, ey. Die kommen nie hier. Warte. Was macht der denn da? Okay. 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 Das ist ein bisschen... Das Pferd ist ein bisschen wild. Mit dem Blitz. Und man kann anscheinend auch auf dem Reiten irgendwann. Es wird mir noch verwehrt. Oh, Schwein hast du gesagt. Leder und Knochen vielleicht. Ähm. Knochenleder. Ja, eins. Ja, natürlich. Geiz halt nicht. Was sind denn hier für Level 1? Gut, sie ist jetzt hier wieder. So ein enger Wald hier. Was ich schöne Schalter bauen kann. Ein Afram. Und ein Eichchen. Was haben wir hier für eins? Düsteres Ei. Ui. Ja, dann setze ich dann beim nächsten Ries da drunter den Scheiß. Naja. Wenn das zu lange dauert. Ich schätze mal, Jero gar das auf instant spawnen auch. Die Eier. Ne? Ja. Wer weiß. Wer weiß. Ist doch auch schon wach. Ist er das? Ja. Können wir uns jemanden sagen, wenn wir in die großen Dacheneier gescheit schlüpfen? Können wir uns jemanden sagen, wenn wir in die großen Dacheneier gescheit schlüpfen? Ja. Ja. Ich weiß ja, dass alles, was nur einige ansatzweise schwer ist oder unangenehm ist, tust du halt ausschalten. Und lachst du bei mich, dass ich halt die Spiele nicht schaffe. Aber ist ja okay. Jero, dann hau mal raus. Ein großes Drachen oder ein riesiges Drachenei. Das läuft bei uns nur mit 50%. Warum? 100.000 Lagerfeuer sind ringsherum. Und nichts passiert. Also ich glaube, das Einzige, wie ich das ein noch wärmer kriege, ist, wenn ich es direkt anzünde. Also ich habe gesagt, man braucht Lava aus der Hölle. Soap der Welt. Ja. Ja, zu kalt. Äh, zu kalt. Ja. Dann haben wir Feuer ringsherum gemacht. Und auch noch so ein Feuer-Dings fürs Haus, dass es ausgeheizt wird. Wir haben eine Mülltonne fürs Haus. Wir haben um das Eil sechs, sieben Feuer drumherum. 89% und es kommt raus. So frech. Okay. Also hier ist irgendwie nichts mehr. Und wir fragen uns halt, was ist heißer noch als so tausend so Feuerdinger? Ja. Können wir hier zum... Den Level 11 hast du schon umgetreten? Nee, ich habe gewartet. Ich habe gewartet. Gehe ich dann wieder hin. Sag mal eine Zeit wieder rissen. Sehr lange. Hier ist übrigens ein grünes Scheißding. Und... Äh, normal. Also... Es gibt bei uns 24 Stunden. Aber dadurch, dass es mit 50% ist, ist halt bei uns 48 Stunden. Das eine. Warte, muss ich jetzt wieder mal finden. Ah, ich habe nicht aufge... Ich habe nicht aufgewertet. Ja, es hilft. Also was jetzt da alles kommt, du... Du brauchst immer ein Vieh. Ich muss da campen, damit es weiter geht. Also das ist krass. Du brauchst Feuerviecher, du brauchst Eisfiecher. Du brauchst Blitzviecher. Also es müssen immer Viecher da campen. Du kannst doch gar nicht so viele Viecher dahin tun, dass es campen. Das muss ja quasi die ganze Zeit da bleiben. Nur das machen. Also es wird, ich muss sagen, es wird mit dem Management jetzt schon ein bisschen viel. Äh, habt ihr schon gezüchtet? Wird ein bisschen viel. Und du musst ja auch die Tiere heilen. Mit Medizin, so wie es heute gecheckt. Wir zerbatschern die dann einfach und gut ist erholen. Oh ja. Wir haben gerade das erste Mal... Ja, ist heute ein Ei rausgekommen. Wir sind arg spektakulärer. So ein grüner Knubbel hier hinten. Da haben wir aus. Äh, wir werden angegriffen von 30 plus Gegnern und haben keine Chance. 10,30 plus Fliegeviecher. Töten uns einfach. Oder irgendwelche komischen Damen mit Hut, die auch fliegen können. Dann hat er eine Attacke. Fangen oder töten? Und fangen. Ist ein Boss. Ja. Feuer frei. Dann warte, warte, warte. Ich tue meine auf nicht angreifen, oder? Weil... Die müssen wir doch so machen. Wo ist er jetzt? Hallo? Da. Muss nachladen. Sorry. Ja, das ist ja. Warte. Ein Schuss mal hier noch und dann 10. Oh, Vorsicht. 72. 87. 7 antike Bauteile. Oh mein Gott. Warum das? Ich hatte doch noch mal eine 2 oder 3 bekommen. Okay, das ist jetzt neu. 7? Das hat sich voll gelohnt. Okay, wir haben... Was uns fehlt, sind an die antiken Teilen. Da müssen wir an Bosse farmen. Äh... Leder... Ne, Knochen. Leder und Knochen, ja. Genau, genau. Leder und Knochen. Mehr Knochen als Leder. Leder kriegt man dann schon irgendwie, aber... Sind wir rar. Habt ihr gestern noch gezockt? Da wollte jemand den haben. Oha, wusste ich nicht. Sorry. Da. So eine Frucht wieder. Klar, ich will 22 und die anderen beiden arbeiten ins Bett. Achso. Okay, okay. Ich dachte, ihr macht doch mal eine Pause von dem Scheiß. Nicht, dass du schnell langweilig wird. 2 Mal later. Geil. Winter. Boah! 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 Also, ein Schade einmal im Kass brauchen, weil ich keine Karte leisen kann. wir wollen hier rüber auf die andere insel den haben wir noch nicht wir sind auch gerade am boss wir fahren wir machen den chillen wir machen den pinguin voci wir machen den großen king und jetzt haben wir level 11 gefunden noch einen haben wir neu gemacht den auf den im wasser aber war secret haben wir auch auf der karte glaube ich was seid ihr denn unleveln auch ein wilder boss kampf war das große weshalb die optischen kennt diese einhörner mit blitz dinge tun auch die batterien aufladen oder den generator da gab es ein boss von dem das ein boss davon gibt es von jeder ding noch eine boss an ja gut so ein alpha männchen macht schon sinn wenn man 20 ist auch schon krass wie hoch auf geht's ab geht's drei tage aber sein chance vorsicht ich mache einstellen angriff hier hat nachgeladen 39 wieder und nur drei teile das ist das zufall oder dann haben wir da hinten noch ein 32 und 11 also was heißt hinten ist hier ein portstein hier ist hier die insel hoch ja nein jedenfalls sehe ich da hoch die wand kraxeln was hältst du eigentlich hier von so flugviechern von dem fliegen an sich mit der server aller stabil läuft alles gut nur wenn ich zweimal noch start denke sich auf können haben nicht mehr gemacht sondern ich meine es so die steuerungsart ich finde das nicht so geil leertaste nach oben und dann hält er so das ding nicht dass man nicht so in der luft fliegen kann das meine ich ist doof wie ein samen aber scheiße ist also irgendwie je mehr ich spiele desto mehr ist halt eldenring hier drin ich bin jetzt nicht sicher ob dieses pferd muss das kurz was zu messen geben ob das jetzt besser so als der andere ich glaube die muss was besser aber ich habe das nicht so beobachten können ging alles zu schnell ach ich habe mich schon lange auch ich fliege ich komme ich habe vier begleiter zwei shadows und zwei andere kleine die shadows habe ich jetzt viel gehabt habe ich getauscht habe mich gestört irgendwie fliegen dort um mich herum und durch ich sehe nichts ist immer so vor mir in der zeit so vor mir da siehst du nichts ich habe schon paar mal geschrien hat mich aufgeregt noch ein boss oder was das ist normaler aus campus das war so ein haupt mehr schon wirst du den zähmen ach so ich habe nicht mehr schaust ich habe nur einmal ja mein sonne ab zwar hat man es mit ein flug und ein boden mount boden mount finde ich den den chillen der chill ist schon geil und der der wolf das ist der 32er oh geil ich muss nur meine viecher alle rausholen oha eine ganz liebe weil die kommen hier nicht selbstständig okay action 13 ok wo ist der gut chill noch mal so eine die so ein scheiß schießt so eine halb boah wie geil man so ein halbkreis frost das da und jedes noch mal was anderes wasser schon verlor habe ich gar nicht gecheckt ich bin nur am dodgen und gar nicht aufs leben aufpassen oh das meine ich das ist krass jetzt Vielen Dank.